Bäckerei Hotel Bingel in Obertauern, der Treffpunkt für Gäste aus aller Welt. Das frisch renovierte und familiär geführte Vier-Sterne-Frühstückshotel liegt mitten im Skiparadies Obertauern. Alle Liftanlagen und Läupen sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Die gemütlichen Zimmer gestalten sich im ländlichen Stil. Ihr Auto parken Sie ganz unkompliziert in der hoteleigenen Tiefgarage. Gönnen Sie sich Entspannung und Erholung im Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Erlebnisdusche. Am Morgen verwöhnt Sie das Team mit einem reichhaltigen, unvergesslichen Frühstücksbuffet mit Backwaren aus der hauseigenen Backstube. In der Café Konditorei kommen Naschkatzen voll auf ihre Kosten. Frische Torten, Kuchen und Pralinen sowie kleine Imbisse gehören dabei zum Angebot. Verschiedene Brot- und Gebäcksorten sowie diverse Lebensmittel erhalten Sie im dazugehörigen Bäckereigeschäft. Hotel Konditorei Bingel – Ihr Treffpunkt auf der Passhöhe in Obertauern.